Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Fritz von Berlin-Babel. In diesem Video reviewen wir das Rogue Eco-Bike. Mein Go-To-Bike für Gyms, in denen Functional Fitness, Crossfit, was auch immer, Kurse mit Leuten angeboten werden. Das Rogue Eco-Bike ist das Luftwiderstand-Bike aus dem Hause Rogue und war, als es auf den Markt kam, der große, große Konkurrent, der neue Konkurrent zum Assault Airbike, das wir ja auch hier stehen haben. Und hat in den meisten Crossfit-Gyms, die auch neu aufmachen, Assault Fitness und das Assault-Bike abgelöst. Und warum? Play mit. Primäre Eigenschaft der Airbikes ist eigentlich, dass der Widerstand, den man hat beim Trainieren, beim Fahren dieser Bikes, nicht durch irgendwelche Bremsen oder irgendeinen elektrisch erzeugten Widerstand erzeugt wird, sondern durch das Windrad, das hier vorne mitarbeitet und quasi gegen den Widerstand der Luft am Ende dann den Widerstand bringt, der hier in dem Fall, ich fahre gerade rückwärts, über die Fußpedalen und die Armpedalen erzeugt wird. Und in dem Fall macht das Ding dann halt einfach Wind und deshalb heißt es Air- bzw. dann Luftbike, weil man gegen die Luft arbeitet. Also für alle, die dem Spinning abgeschworen haben, weil Spinning einfach langweilig ist, für die ist so ein Airbike sicherlich eine neue Erfahrung. Und die meisten Crossfit-Affinen oder in Functional Training Gyms Trainierenden haben dann doch schon mal Zeit auf einem Assault-Bike oder auf einem Rogue-Eco-Bike verbracht. Das sind nämlich die beiden Dominanten, gerade im deutschen Raum und wissen, du kannst ganz schnell einen sehr hohen Prozentsatz deiner Lebensanzeige in GTA San Andreas verlieren, wenn du auf diesem Bike sitzt. Das ist definitiv eine Sache, die man bestätigen kann. Ich will gar nicht so viel darauf eingehen, wie man mit diesem Ding am Ende trainiert. Du setzt dich rauf und ackerst deine Lungen, Beine und Arme weg, so ungefähr wie mit allen anderen Sachen, du es auch machen würdest, sondern ich möchte über Bildqualität reden, über Anwendungsbereiche, über Vorteile, Nachteile für deinen Gym und für dein Training. Und wir fangen jetzt als erstes an mit Bildqualität, also Verarbeitung und dann gehen wir Schritt für Schritt weiter über Nutzen und würde ich den kaufen oder nicht. Fangen wir an mit Aufbau, wie das Ding so in der Robustheit dasteht und was besonders wichtig ist. Das Wichtigste und das, was den größten Unterschied macht zu den anderen Bikes ist, dass wir hier im zentralen Teil des Bikes, also wo Arm- und Fußpedalkraft auf das Schwungrad übertragen wird hier vorne, haben wir einen Riemenantrieb, der sehr, sehr, sehr flüssig und vor allem extrem leise läuft. Und das hat den großen Vorteil gegenüber einem Kettenantrieb, kein Rasseln, keine Wartung von den Riemen, kein Problem, dass du das Ding irgendwie ölen müsstest wie eine Kette und vor allem die Lautstärke ist deutlich, deutlich leiser. Also im Vergleich zu den Schwinn-Bikes, ich weiß nicht, wer die kennt, die hat man vor allem so in Dänemark und Schweden schon eine ganze Weile, Schwinn-Airbikes gibt es da und auch das Assault-Bike, dieses Ding hier ist vor allem aufgrund dessen extrem viel leiser und ja, ich glaube, manche Menschen finden das auch ganz anders. Insgesamt ist alles an diesem Ding massiv verarbeitet, wirkt sehr stabil, nichts wackelt, nichts klappert, es wirkt alles sehr, sehr wertig, es wirkt sehr groß. Man hat manchmal das Gefühl, man sitzt auf so einem Panzer, dem man in Bewegung bringen muss, aber man muss sagen und aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, gerade mit Gyms ist dieses robuste Verhalten dieses Geräts auch ein Zeichen von Langlebigkeit und deshalb bin ich ein Riesenfan davon, dass hier alles einfach nur in der richtigen Achse langläuft. Man hat kein Spiel, vor allem nicht in den Armen, was ein gutes Zeichen dafür ist, dass man hier auch wenig Arbeit haben wird, diese Arme immer wieder festziehen zu müssen, was man vielleicht trotzdem ab und zu mal kontrollieren und machen sollte, aber man muss einfach sagen, dass die Verarbeitung des Eco-Bikes wahrscheinlich, vor allem gemessen der Preisklasse, die beste ist. Das ist die beste Verarbeitung von allen Bikes in der Preisklasse und dazu kommen wir gleich. Bevor wir dazu kommen, wofür ich das nutzen würde, ob ich es mir kaufen würde oder nicht, müssen wir noch eine Sache sagen. Die Excel-Packs, ja, das Ding hier vorne an dem Bike, die Dinger, ja, die bewegen sich. Und das finde ich übertrieben beschissen, muss ich ehrlich sagen. Also ich verstehe gar nicht, warum die sich drehen müssen und ich würde mich freuen, wenn sie sich nicht drehen würden. Nur damit ich es mal gesagt habe, könnte man einfach ändern. Wer gerne drehen, der Excel-Packs hat, wer es nicht gerne hat, ne, Thema abgeschlossen. Für alle, für die es sehr wichtig ist, wir haben einen Monitor. Ja, man kann mal den Monitor auf Start drücken und dann bekommt man verschiedene Dinge angezeigt. Zum Beispiel den Herzschlag, wenn man einen Brustgurt hat, der das da raufbremst. Meistens steht beim Herzschlag, bei mir beispielsweise, für den Error, ja. Dann haben wir Calories, Kadenz, also wie viele Runden pro Minute sich dieses Rad am Ende dreht oder wie wir mit den Beinen treten. Das ist ja ein 1 zu 1 Übertrag. Watt, Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde, man kann das aber auch umstellen. Herzschlag, habe ich schon gesagt und Distanz in Meilen. Ja, und ja, wenn man auf diesem Ding sitzt, ich sage euch eins, wo ihr am wenigsten gerne hinguckt, ist darauf. Außerdem auf diesem Monitor gibt es voreingelassene Selbstzerstörungsmodi. Es gibt 20 Sekunden Arbeit, 10 Sekunden Pause, 10 Sekunden Arbeit, 20 Sekunden Pause. Das sind die besten, also damit bringt man sich am besten aus dem Leben. Dann gibt es Custom, also kann man es selbst anzeigen. Dann kann man angeben, wie lange möchte man versuchen, auf dem Ding zu überleben. Vorgebende Zeit, wie lange möchte man versuchen, nicht zu sterben, bis man dann ins Ziel gekommen ist. Vorgebende Distanz, wie viele Kalorien muss man schaffen, bevor man den Nahtod erfährt. Target Calories und bei welcher Heartrate möchte man denn so fahren. Also kurz vor Herzinfarkt, wie lange kann man das? Das heißt, hier gibt es vorgefertigte Button und das piept auch immer so schön. Eigentlich sitzt man den ganzen Tag nur hier und piept. Wenn es darum geht, ob man sich das kaufen sollte oder nicht, würde ich zwei Fragen beantworten. Erstens hat man Erfahrung mit anderen Bikes, wie zum Beispiel dem Assault Bike, den Schwinn Bikes oder auch diesem Bike schon und findet vielleicht die Fahrweise des Assault Bikes, wie ich zum Beispiel, ich finde die Fahrweise des Assault Bikes, wie es sich fährt, besser als die hier. Und hat man persönliche Präferenz, die mit reinspielt, was man sich kaufen möchte. Egal, ob man jetzt Gym-Owner ist oder Home-Gym oder Personal Trainer oder Physiotherapeut oder Onkologe oder was auch immer. Wenn es darum geht, was einem Spaß macht, dann setzt ja oft rationales Denken aus. Ja, und man muss ehrlich sagen, rational betrachtet, wenn man ein Gym-Owner ist, sagen wir CrossFit Box, Functional Training Gym, Gruppentraining mit Leuten. Und es geht darum, dass so ein Ding für dich Geld verdient. Dass du sagst, du kannst es lange immer wieder in Kursen benutzen, es geht nicht kaputt und Leute haben keinen Spaß dabei draufzusetzen. Das ist ja erstmal die Realität. Ich meine, wer hat nach dem ersten Mal noch Spaß dabei. Dann muss ich ehrlich sagen, dieses Eco-Bike ist extrem langlebig. Es wirkt extrem langlebig. Und ich habe noch in keinem Gym gehört, dass es ähnliche Problematiken hat im Verschleiß wie andere Bikes. Dazu kommen noch andere Reviews und Vergleichsvideos. Aber ich kann sagen, in der Langlebigkeit ist es extrem gut. Faktor Nummer zwei, die Lautstärke des Bikes. Wenn man darauf fährt, gerade wenn man als Gym auch Nachbarn hat oder man draußen mit dem Ding fahren will, ich kann, während ich auf diesem Ding fahre, dieses Video aufnehmen. Das wäre auf dem Assault-Bike beispielsweise einfach nicht möglich. Und das ist ein großer Faktor, gerade für dein Homegym. Denn meistens finden Nachbarn ja Homegyms nicht so geil, weil die denken dann die ganze Zeit, oh, also ich kann mich nicht dazu überwinden, jeden Tag so viel Sport zu machen. Dementsprechend ist Lautstärke immer so ein wichtiger Punkt. Und der letzte wichtige Punkt ist definitiv auch der Preis. Wir haben die Bikes bei Rogue im Angebot gekauft und haben netto pro Bike nur 600 Euro bezahlt. Das heißt, es war in Brutto ungefähr so ein bisschen was, ich glaube so 740 pro Bikes. Das ist unschlagbar. Also der Preis war in dem Fall einfach unschlagbar für uns. Ich konnte vier Eco-Bikes holen für den Preis von drei Assault-Bikes. Jetzt haben wir wieder so ein Assault-Bike-Vergleich, aber es ist nur mal der gängige Vergleich, den man hat. Und dann muss ich ehrlich sagen, in der Verarbeitungsweise und in der Experience für die Leute, die trainieren, es ist sehr viel leichtgängiger und leiser. Also man kriegt es leichter in Bewegung. Und somit ist es erstmal zugänglicher für Leute, die zum Training kommen, die noch nicht so fit sind. Und für viele, die für uns schon trainiert sind, die mehr Erfahrung haben, die finden beispielsweise nicht so gut, dass die Arme und die Beine nicht länger mitspielen mit dem Schwungrad. Das heißt, wenn man aufhört zu treten, hört es quasi sofort auf. Bei anderen Bikes schwingt es länger mit und man hat mehr Dynamik. Aber das sind so Kleinigkeiten, die man nicht unbedingt in Betracht ziehen sollte, wenn es darum geht, allgemein Fitness anzubieten als Dienstleistung, um mit Fitness Geld zu verdienen. Weil auf dieses Bike setzen sich Mädels, Jungs, Kinder setzen sich rauf und haben auf diesem Bike Fahrer, auf diesem Bike Spaß, weil es einfach ist, weil es sehr, sehr, sehr zugänglich ist. Und das ist ein großer Faktor bei manch anderen Bikes, die ein bisschen mehr kraxen, ein bisschen lauter sind, ein bisschen Furchteinflüssen da wirken, weil sie nicht so easy sind, hat man wieder diese Barriere. Und gerade in der Fitnessszene geht es darum, Menschen mit Sport zu begeistern, die dafür zu begeistern, auch das hier zu machen. Und man muss sagen, das schafft man mit dem Rogue Eco-Bike besser als mit jedem Fahrrad, das ich vorher benutzt habe für Kurse, außer dieses Spinning-Bike. Aber das ist ja auch sinnvoll. Fazit. Wenn du einen Gym hast und du suchst nach Bikes und du suchst nach einem Bike oder mehreren Bikes und es geht darum, dass es den lange hält, dass es seinen Zweck dabei erfüllt, Nahtoderfahrungen auf einem Bike zu erleben und wahrscheinlich auch irgendwo Geld verdienen soll, in dem es lange hält, dann ist das Rogue Eco-Bike tatsächlich unschlagbar. Es sei denn, du findest Assault-Bikes geiler und du willst ein Assault-Bike haben. Wenn du ein Assault-Bike haben willst, kauf dir ein Assault-Bike. Und dann lebe aber auch mit den Dingen, die bei einem Assault-Bike beispielsweise anders sind oder bei einem anderen Bike auch anders sind, weil jedes Bike hat seine Nachteile, jedes Bike hat seine Vorteile. Das Einzige, was ich bei dem Rogue Eco-Bike empfehlen würde, ist den dazu passenden Windschutz zu kaufen, weil der Wind ins Gesicht bei dem Bike wirklich schon sehr extrem ist und ich auch Feedback habe hier, dass es manchmal ein bisschen kalt wird. Gerade wer so da heizmäßig ein bisschen sensibler ist. Es wird kalt und deshalb würde ich sagen, nimm den Windschutz dazu. Aber ansonsten kommt man als Gym-Owner an den Rogue Eco-Bikes nicht vorbei. Ich muss tatsächlich trotzdem zugeben, auch wenn ich das Rogue Eco-Bike für meine Gyms und meine Kurse habe, ich setze mich jedes Mal freiwillig wieder aufs Assault-Bike. Ja, was soll ich sagen? Ich muss jetzt leider weiter andere Dinge machen. Und wenn du noch nicht abonniert hast, abonnieren, wenn du nicht geliked hast, dann liken. Und wenn du das Video nicht gut fandest, ja, dann guck doch ein anderes Video. Bis zum nächsten Mal.